moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge 7 days to die ja wir starten hier nicht ganz unbegründet pausiert weil ich mich wohl gerade habe irgendwie ein bisschen ablängen lassen und es ist tag 42 22 uhr 1 oder das ist aber erst mal ratzfatz hier den kollegen einschalten dann werde ich wohl noch die möglichkeit haben uns hier ein bisschen reparatur material einzustecken den haben wir auch dabei so da bleibt gar nicht so lange die großartige erklärung wir haben ein 3er streikknöpfe irgendwo gut gefunden deswegen hat es sich dann auch der baseballschläger erledigt der geier kann ich jetzt natürlich noch nicht verarbeiten dann hoffen dass sie reinfliegen sonst sollten wir dieses mal eigentlich gut klarkommen sehr schön ich kann mich sagen ich bin ich bin hier 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 Ja, der Ding mit seinem 15 Schuss, das hat er wohl immer nix gemacht. Japp. Also ich würde jetzt ja ganz gerne mal eine Horde überleben. Ich meine, wir haben schon eine überlebt oder zwei, aber da haben wir uns aber auch hier Feige gesteckt. Ja, ob das hier weniger mit Feige gesteckt zu tun hat, weiß ich nicht, aber... Ich würde jetzt nicht mehr. Das war's für heute. Er hat die in den Lock zu spucken. Arschloch. Die Geier könnten natürlich hier rein, weil da ist ja alles offen. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Na gut. Jetzt funktioniert sie. Die wird nicht gespuckt. Ach, die lieben Geiers. Oh, schau mal. Oh, schau mal. Ich muss ein bisschen reparieren gehen. Oh, schau mal. 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 Schau mal. Oh, 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 schau mal. Allein werden die Geier nicht verschwinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yeah, 21. Mit dir werde ich auch noch klarkommen, da bin ich mir sicher. Unfassbar. Ich meine, es ist ja schön, wenn sie das Spiel schwieriger machen, was war das? Man spielt das jetzt ja schon eine Zeit lang und so, kommen wir mal ein paar weiter. Ne? Unmöglichst noch in dieser Folge. Unmöglichst noch in dieser Folge. Ja, danke schön mit den Kollegen. Die Schiffwunde ist schon verarztet. Das können wir scrapen. Du gehörst da nicht hin. Dann haben wir hier eine einer Stahlschaufel können wir verkaufen. Bei der Eisenpfeile ist das gut. 18 mal Stahl, auch super. 81. Da geht es jetzt. Das habe ich ja nicht gelootet. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, nachdem wir diese Horde endlich mal in unserer eigenen Base erfolgreich abgeschlossen haben, kommen wir für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich für immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Dann. Vielen Dank.